Willkommen zurück bei TTT. Mit dabei, wie ihr seht, der Kundran, Anti-Mate Dalu, Grants, Maru, Fisk und Juli. Lauf Dalu. Hallo. Moin. Weil hinter dir. Oh nein. Er rettet das Baby. Er rettet den. Keine Angst, ich hab hier noch einen Satz. Anfangs-Gag. Anfangs-Gag? Ey du, wolltest du mich hauen mit dem Ding? Ey du. Ja so geht das nicht. Hat Dalu grad auf Juli gestossen? Ja gehauen hat er. Hat er nicht gemacht. 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 Was gibt's mit den Kotz, Alba? Blitz Dalu. Grants hat ihn gekillt. Dalu hat geblitzt. Grants hat ihn geblitzt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Geblitzt, Mann. Wer wurde geblitzt? Dalu von Fisk. Okay. Hab ihn gleich. Hab ihn. Hey, warte mal. Hat Dalu dich heute schon mal geblitzt? Nein, Fist hat ihn. Fist hat Dalu geblitzt. Ach so. Oh, scheiße. Maru zählt auf mich. Maru ist. Ich guck erstmal, wer denn ein Name ist, verdammt. Wer schießt auf mich. Warte, wer wurde jetzt geblitzt? Dalu wurde geblitzt. Bist du das da? Hinter dir, hinter dir, Maru. Ist Maru das? Er hat auf dich geschossen. Ich bin auf dich geschossen. Du hast doch volle HP. Moment. Was passiert hier? Da unten kam gerade ein Boomerang her. Geh doch rein. Wer war das? Hier, das muss Dalu gewesen sein. Der ist doch eh geblitzt. Ja, Dalu müssen wir töten. Wollen oder nicht. Aber der hat sich noch gut gewehrt. Der hat mich auf einunddreißig unter. Hä? Hä? Warte mal. Wie denn die... Das war Maru. Okay, warte, wo... Alter, was war... Okay, es waren Drenz und Maru? Nein, ich leb noch. Aber hier war noch... Ich bin nach ganz unten gerannt. Schon wieder? Ich glaube, es ist verbuggt, weil ich hatte das Item gar nicht. Ich glaube, ich hatte das mal explodiert bitte oder so. Kein Problem, Leute. Easy. Okay, Runde gewonnen. Ich... Wer war denn... Wer war's denn jetzt? Dalu und Granz. Nein, ich war's nicht. Maru und Granz. Maru und Granz. Ich hatte irgendwie... Du kamst hier so hoch und... Ich hab mir ja schon gedacht, als Granz Fisk erschossen hat das Granz. Deswegen wollte ich dich auch töten. Meine... Malone. Ich dachte, du hast unten... Ich dachte, Dalu und Juli äh... Ne, das war's du, du Holzkopf. Du bist auch in ihrem Kopf. Das war ihm alles. Das war ihm auf ihr gekupert. Bin ich überhaupt nicht? Sie war doch lange weg. Sie hat auch nie gekupert. Bei mir ist die Schlange weggelaufen. Cooper Party. Und dann will's doch noch mir den Mord in. Du sprigst sie aus. Ich dachte, du hast mit dem Boomerang da unten geschossen, weil die war halt. Ich bin halt daneben gelandet. Du machst sie platt und sind euch doch da los. Ja, ja, ja. Da fällt ihm nichts hinzu. Okay, Leute. Cooper Party oder was? Hinten anstellen, Leute. Hinten anstellen. Hinten anstellen. Und tschüss. und tschüss und einer von den beiden kommen wiedergekommen wo denn keine ahnung aber er ist wiedergekommen da ist eine insel da droppt er denn da droppt da unten was man das für eine aktion 69 lebenspunkte nach tau tau hashtag von hüß bitte einmal sagen und ist jetzt lebt er wieder jetzt macht der map ist es dem verband oder es ist verbuggt wieder auf der map wartest du in ein besonderes item ich hatte nur zwei mikrowelle und einmal könnte sein dass es hier einfach keine spawnpunkte gibt weil viel zu wenig platz auf der map aber einmal funktionierte das wollen ja vielleicht wenn du zufällig auf einem ort spawns wo schon jemand ist was dann nicht geht also second chance hier nicht machen okay verboten 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 damit gibt hier keine props für dich nein ich mache keine props von dir es wird die melone zerstört macht das ding daran ihr seid furchtlos was ist jetzt passiert ihr habt mich fast getötet julie muss es sein was das für julie ich bin net ich bin wert ist ihr auf jeden fall tau 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 ja Turn around now! Neneeneeneene! Hä? Neneeneene! Das ist bitter! Das ist ein Deadwinger-Geräusch! Damit man weiß, wann es alle ist! Ach ja! Schon E-Mail! Ja, klar! Es geht, die Map geht gar nicht! Warte doch jetzt! Ich will ja nicht alles runterreden, ne? Okay! 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 Ich wollte gerade wirklich das Ding da dran bringen, Grants, und dann habt ihr ja diese Secret-Weapon und ich zünde die Bombe, die ich im Inventar hatte! Aber das hat keiner gesehen! Und auf einmal eine Bombe in der Hand! Das ist... ...Ärger für euch! Was ist denn dann? Juli! Juli! Juli ist es! Juli! Ich habe einen Traitor gekehlen! Ich habe einen Traitor gekehlen! Wie hast du mich getötet? Ich habe auch runtergeschossen! Oh! Oh! Ich habe einen Traitor gekehlen! Du Pfeife! Du Pfeife! Ich bin immer noch Gehandkraft und das geht rutenübergreifend! Ich bin immer noch Gehandkraft und das geht rutenübergreifend! Das sind die Items wieder! Oh ja! Stimmt! Ah ne! Das stimmt gar nicht! Ne! Ich droppe ja alles! Ich kann alle Waffen aufsammeln! Oh Gott! Talo löscht alle Waffen! Er löscht alles aus! Er löscht sie alle aus! Guck mal Juli! Wie lang das ist! Riesenbank! Oh! Zwei Leute habe ich gefangen! Oh! Shit! Los! Tötet sie! Tötet euch! Ich habe 30 Leben! Geh weg! Tartoy ist es! Nein! Er hat mich auf 50 runtergeschossen! Und weiter! Du hast geschossen Grant! Er war eh auf mich auf 50! Er hat hier ne Unordnung gemacht! Doch! Prügelt ihn Leute! Oh nein! Only Headshots! Oh Gott! Nur Headshots! Oh Gott! Easy! Da ist doch die Waffe! Oh Gott! Er wollte dich umbringen! Nein! Er wollte dich töten! Ich habe echt lange gewartet! Wie oft er geschossen hat! Aber er war inno! Ich will Grants jetzt auch noch töten! Ich habe ja nichts zu tun! Ich belebe ihn gleich wieder, wenn ich einen Credit habe! Dann darf ich Grants töten! Nein! Du darfst ihn blitzen, Julie! Ist letzte Runde! Ah! Aber du kannst nicht blitzen, oder? Aber du kannst nicht blitzen! Ich kann natürlich! Ich kann nicht! Du willst ihn aber nicht, wa? Ja! Er musste weg! Wieso werde ich hier denn jetzt? Wieso werde ich hier denn jetzt? Wer? Ah, bei Maru hatte ich immer hingeschränkt! Jaaa! Was war das denn für eine Kettenreaktion? Du hast doch Julie abgeballert! Deswegen habe ich dich abgeballert! Ja! Hä, Julie war doch geblitzt! Nein! 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 Es hat doch gar keiner geblitzt! Nein! Ich habe hier geblitzt, doch! Alter! Der hat geblitzt! Deswegen habe ich geschossen! Der hat geblitzt! Der hat geblitzt! Der hat geblitzt! Das war gemein! Alter! Das war gemein! Das war so ruhig was! Maru dachte ich, komm, da ist es doch bestimmt wieder, ey! Siehst du, Maru den jetzt treffen sollte, der hat geblitzt! Ich habe hier ein bisschen was getrunken! Und zwar ein Energy-Gerät! Ein Energy-Gerät! Gerät! Der Gerät! Der hat Gerät gesagt! Wieso kannst du so hoch? Danke, ich habe hier was getrunken! Über den Wolken! Blitzfisk und... ja, nur Blitzfisk! Blitzfisk und Fisk, okay! Ja, ich bin ganz weit eingefallen! Maru bist du recht gestorben? Ja, Maru ist gestorben! An der Mikrowelle, die hier lag! Das hätte ich vielleicht anders sagen sollen, dass die da liegt! Nicht nur ich! Das wurde auch gespürt! Ja, wer wäre das denn eine Überlegung wäre? Bist du schon down, ne? Fauter ist der andere! Fauter ist der andere! Nickt ihn! Endlich bleibt! Der steht! Du hast mich getötet, Juli! Du hast mich getötet! Du hast mich getötet! Das mit der Mikrowelle wäre schon eine wichtige Frage gewesen! Ja! Ja, ich war so mit dem Blitzen von Fisk beschäftigt! Dauert so lang, hä? Das hast du doch mal jetzt im Schacht ne Mikro liegt, das ist Fisk war da das! Jetzt ist Schicht im Schacht! Da lag ne Mikro... Jetzt ist Schacht im Schicht! Das ist ein cooles Wortspiel! Im Colorshacht habe ich ein Mikro hingeschmissen! Und ran wieder, ey! Oben auch? Und ran, Leute! Oh, jetzt will ich aber blitzen! Hier ging dir nochmal der Geheimgang auch auf... Also! Du musst draufhauen! Jemand drückt hier Knöpfe! Juli, du hast vergessen, dich zu... Ey! Alter! Oh Gott! Oh mein Gott! Super Blitz! Super Blitz! Super Blitz! Super Held in deiner Welt! Aua! 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 Ist es vorbei wieder? Der Sound, wenn du über die Treppe rennst... Renn mal ne Treppe und hör auf den Sound! Hört sich das in real life auch bei mir an! In Kläge Team! Alter! Ist hier einer eben runter... Du bist gestorben? Oh, ich rebe nicht mehr hoch! Alter! Nein, ich auch nicht! Doch jetzt! Maru, weitergehen! Wuh! Können wir nicht laufen, oder was? Aua, nein! Man stolpert über die Stühle! Ich hab davon schon viel... Au, au, au! Ich hab nen Bug! Und Sie wäre? Ich bin richtig lahm auf einmal! Nennst du ihn? Weil du nen Baseballschläger griffst! Nein! Ey, ich auch! Hä? Ich kann auch nicht mehr rennen! Ich fühl mich wie ein Sidewalk! Blitz! Tau, Tau! Jetzt bin ich doch langsamer! Da! Maru ist es! Hinter dir! Oh! Hab ich ihn, glaub ich! Der hat ne... Blitz! Ich laufe! Ich laufe! Tau, Tau, komm gerade runter! Tau! Wer denn? Vorsicht! Tau, Tau ist oben! Hinter dir! Tau, Tau ist oben! Ach verdammt! Easy gett! Ich war nicht mehr so schnell! Wer war's tatsächlich? Ach, die Huge is so, so mies! Was für ne Runde! Aber den Bug kann man leicht reproduzieren! Beste Runde! Du musstest nur über ihn Prop rennen! Ja! Ich hab mich langsamer geworden! Ich hab doch Schaden... Ich hab... Durch über Propsrennen hab ich 60 Schaden genommen! Ja, du musst in dem Moment stehen bleiben! Okay! Dann bist du wieder... Also dann bist du langsamer! Langsamer als normal sogar! Echt? Ist ja langweilig! Warte, weißt du wo der Geheimraum ist hier auf der Map? Ja, ja! Du hast ja gar nicht hier drinnen, als du gesagt hast, du hast ihn gefunden! Doch, ich war nicht! Ich war im Geheimraum! Ich war im Geheimraum! Ich bin im Dimensionstor gerade! Dann bin ich vor einmal komplett durchgegangen! Also da ist jemand mit dem Geheimraum! Ich mein den unter der Treppe! Ich mein den unter der Treppe! Ah, er ist gestorben! Warum ist jemand gestorben? Ist ja auch TTT, da sterben Leute halt! Tautau ist gestorben! Tautau ist gestorben! Da ist einer gestorben! Warte mal! Pass! Panik! Hier wurde... Wer tötet wen? Was ist hier die Frage? Wieso bist du in den Automaten gegangen? Der Scheiße! Hä? Ich will hier nicht rein! Du bist aber reingelaufen! Das war eine Melone! Lass ihre Melone in Ruhe! Wer ist das? Fisk! Es ist Fisk! Fisk! Er müsste geblitzt werden! Was schon? Ich will! Hallo! Ich hab Julie gerettet! Dankeschön! Du kriegst nen Keks! Dalu, warum hattest du nen Bumerang in der Hand? Das war kein Bumerang! Okay, Dalu ist es! Oh mein Gott, Dalu ist es! Ich hab leider kein Blitz mehr, aber... Grants? Du kannst vielleicht auch nicht blitzen! Tu doch einfach so, als ob du blitzt! Genau! Tu doch mal so, Traitor! Dalu ist wieder unten! Flashbang! Alter! Flashback! Nee, oh Gott, das hilft! Ey, wer hat hier gefurzt? Wer hat gefurzt? Ist dir das wurscht? Welcome to the country! Inkubative Door! Inkubative Door! Das ist die nächste Folge von GOT, ey! Die Tür! Die Tür! Die inkompartierte Tür! Grants? Ja? Wie lange hält das? Bist du's eigentlich? Nein! Ich bin bei Fisk! Hinter dir Fisk! Grants ist es! Nein, ich hab Fisk gefunden hätte! Achso! Fisk ist tot! Oh, Fisk ist wirklich tot! Das ist Maro im Netz! Oh nein! Nein! Von unten kam der Nate hoch! Friends! Na ja, ich seh ihn! Hast du ihn gesehen? Gut! Ist gefangen! Der Dringe! Oh, Eis kalt! Bis zum nächsten Mal, Leute! Macht's gut! Ciao! Frohe Weihnachten! Dann! Dann! Dann!